Wenn Sie unter Windows in Camtasia Ihre Aufnahme sichern, speichert der Camtasia Recorder automatisch alles im Dokumentenordner und dort im Unterordner Camtasia. Der Dateiname setzt sich aus dem aktuellen Datum und bei mehreren Aufnahmen am selben Tag mit einer Nummerierung zusammen. Wenn Sie den Speicherort selbst bestimmen möchten, rufen Sie den Recorder auf, gehen auf Werkzeuge und dann auf Einstellungen. Wählen Sie dann im Register Dateien aus. Unter der Auswahl Name der Ausgabedatei können Sie nun nach Dateinamen Fragen auswählen und einen Speicherort festlegen. Beim Mac finden Sie in der Menüleiste unter Camtasia 2021 den Punkt Optionen. Hier können Sie unter dem Register Aufnahme, Aufnahmeeinstellungen vornehmen und einen Speicherort festlegen. Wenn Sie mehr über Camtasia erfahren möchten, schauen Sie sich auch weitere Tutorials von uns an. Aufnahmeeinstellungen vornehmen und einen Speicherort festlegen.